Wir kommen aus der Tiefe, wir kommen aus dem Schacht, bis Mutau die neue Fußballmacht, ja, bis Mutau die neue Fußballmacht. Hallo, Aue-Fans. Glück auf, Aue-Fans. Wir sind wieder da aus dem Urlaub. Ja, ich war an der Ostsee und hab mich schön gelblich bräunen lassen. Und ich war in Dresden bei meiner Großmutter. Hallo, Aue-Fans. Ich bin's, eure Isabella. Ja, der Käsewurm und ich, wir sind auch wieder zu Hause. Wir freuen uns auf die neue Saison mit Wismut Aue in der dritten Liga. Oh, und das erste Spiel ist ja, glaube ich, sogar auswärts. Hallo, Freunde. Ich bin's auch wieder, euer Käsewurm. Meine drei Freunde sind ja auch schon alle wieder da aus dem Urlaub. Hoi, hoi, hoi. Ich bin ja gespannt, was es dieses Jahr für eine tolle Saison wird. Aue hat ja richtig zugeschlagen und viele, viele, viele neue, gute Spiele eingekauft. Ja, sogar ein Stefanjagd, der mal in Dresden war. Hoi, und noch viele, viele andere gute Spiele. Und unser Nasserhoff ist geblieben. Ganz große Klasse. Ja, dann werden wir mal sehen, was gegen Freiburg im ersten Spiel so rauskommt. Die Testspiele hat Aue ja bis jetzt alle zusammen gewonnen. Ja, zweimal ein 4 zu 0 gegen Berlin und gegen Lok Leipzig. Und dann ein 29 zu 0 gegen Eloikersdorf. Ja, das ist schon nur eine Dorfmannschaft. Aber, naja, gewonnen ist gewonnen. Ja, na klar, gewonnen ist gewonnen. Ja, da drauf trinke ich auch mal ein Schälchen Hesen. Oh, oh, oh. Machst du, machst du ja auch einen Kaffee mit? Wie klar mache ich das? Oh, und kriege ich, kriege ich eine Käsesemmel zum Frühstück? Freilich, mein, mein Käsi, mache ich dir. Wollt ihr Jungs auch noch was schlappern? Ja, ich mag am liebsten eine Bratwurst. Und ich mag ein schönes, weiches Keksel zu meiner Tasse Kaffee. Ja, Freunde, wir wollen mal hoffen, dass wir ein richtig schönes, erstes Spiel in der neuen Saison erleben mit unseren Freunden. Ja. Hi, Freilich. Wir gehen beim ersten Heimspiel natürlich alle ins Stadion. Und beim Auswärtsspiel gucken wir beim Carle in der Kellerbar. Oh ja, Karle muss schon mal wieder eine Kiste Wehrmachtsgrüner kaufen. Die trinken wir dann alle leer. Ah, und ich natürlich eine große Flasche Coca-Cola. Hauptsache hatte Becky Kaffee dabei. Mit Milch und Zucker will ich das genießen. So, Freunde, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum ersten Spiel. Ja, Freunde, so machen wir das. Tschüss. Tschüss, Freunde, tschüss, Auerfans, tschüss. So erscheint es Bergmannsgruß bei der Nacht. So erscheint es Bergmannsgruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf.